So, jetzt sitze ich hier und warte auf die Leila. Habe eigentlich gerade mit euch eine Riesenausfahrt gemacht und habe so über Gott und die Welt und meine Gedanken geredet. Jetzt weiß ich nicht, ich bin da schon ziemlich ins Tiefe gegangen, ob ich das überhaupt hochladen soll vor Weihnachten, weil es schon teilweise starker Tabak ist, was mir da durch den Kopf geht. Aber eigentlich ist es, ja, es ist halt Stand der Dinge. Ja, von meiner Meinung nach. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal ein kurzes Video, wo ich euch allen eine gesegnete Weihnacht wünsche. Euch tausendmal Dank, dass ihr mich unterstützt, indem, dass ihr mir ein Abo dalasst, indem, dass ihr mir zuspricht, indem ihr mir Tipps gibt, die ich auch teilweise annehmen kann, wenn sie sinnvoll sind oder wenn sie für mich umsetzbar sind, auch finanziell umsetzbar sind. Manche bieten mir ja auch Hilfe, indem sie mir was produzieren, wie jetzt zum Beispiel mit dem Lenkerdämpfer, da muss ich die Maße noch nehmen, der will mir eins fräsen, der andere bietet mir an, mit dem 3D-Drucker was zu drucken. Da bin ich super, super dankbar dafür, für eure Hilfe und Unterstützung. Das hilft mir wahnsinnig viel. Wäre auch nett, wenn ihr euren bekannten Verwandten weiter sagt, sie sollen doch bitte ein Abo bei mir dalassen. Wenn auch ein paar Sachen dabei sind, die vielleicht für den einen uninteressant seid, ich komme bestimmt auch mal wieder auf den Punkt, wo es für euch interessant ist. Lasst einfach die Finger still und lasst die Abos da. Auch wenn es mal nicht so ist, wo es euch gefällt, lasst einfach das Abo da. Es hilft mir, indem ich irgendwann mal genügend Abos habe, dass vielleicht dann mal auch irgendeine Firma sagt, ja gut, der ist interessant, der hat so viel Zuschauer, dem können wir vielleicht auch mal Solarflächen sponsern oder zumindest mal günstiger verkaufen. Was mir natürlich dann helfen würde. In dem Sinn, wie gesagt, wünsche ich euch allen eine gesegnete Weihnacht. Ich hoffe, dass ihr vielleicht auch die Möglichkeit habt, ein oder anderen Verwandten zu sehen. Wenn nicht, Skype teilt oder schreibt euch. Ich bin dankbar für euch alle. In dem Sinn, schöne Weihnachten. GoPro Aufnahmestopp.